Sarantin am Schalsee und heute haben wir den 16. April 2014. Das ist hier der Weg nach Berlin bzw. Brandenslaba. Und deswegen fahren wir hier um die Zeit, 4.37 Uhr. In 300 Metern hier muss der Straße folgen und der B195 weiter folgen. Und der B195 ist das hier. Klarer Himmel! Jetzt links der Straße folgen. So, Zeit. Hauptstraße. Straße. 195 So, Leute. In 300 Metern rechts der Straße folgen und der B195 weiter folgen. Sarantin am Schalsee. Nein. Jetzt rechts der Straße folgen. Jetzt rechts der Straße folgen. Das ist toll. Nachts natürlich noch mehr. Aber nix. Drehbemarkt hier rechts. Um, das ist ja so, was ich noch. Also rechts ist, dass der Straße auch gleich auf Seghalsee. Das ist wirklich nicht so, fast. Und so rechts! Das ist richtig, dass ich sommer nicht. Das macht. Letzt her. Das ist schön. Jetzt. Langst, wenn es nicht in der Straße geht. In einem Kilometer rechts der Strasse folgen. Links ist da wohl der Schalsee noch. Jetzt auch zu sehen. Arbeitsstadt Albus. SPD oder NPD, was war da von Schild? In 300 Metern rechts der Strasse folgen. In 300 Metern ist ein BD. Jetzt rechts der Strasse folgen. Rechts noch ein BD. Das ist von Samantin. Das ist ein BD. Das ist ein BD. Das ist ein BD.